Und dann Moinzen zu diesem VfB-News-Podcast, Schrägstrich so ein bisschen Stand der Dinge in diesem luftleeren Länderspielpausenraum zwischen Wolfsburg und dann Union. Ich hake hier schon mal ein paar News ab, auch vielleicht mit dem Vorhaben dann wieder mehr oder minder normalen oder auf jeden Fall kürzeren Vorbrich dann für Union auch bringen zu können, ohne halt die ganzen News zu haben, die jetzt hier mit reinnehmen. Ist ja bis in Zeit schon vergangen, also das Wolfsburg-Spiel wird jetzt nicht mehr Ewigkeiten ansprechen so, da ja auch wie immer, da gehen wir auch direkt rein quasi in VfB gegen Wolfsburg. Da habe ich ja auch wie immer schon mein Spielfazit abgegeben, direkt nach dem Spiel dann im Audio-Flog. Dann muss ich auch sagen, ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich da immer manchmal schon ein bisschen Stichpunkte habe, aber es schon alles so ein bisschen One-Taker-mäßig ist. Und dann gefühlt jedes Mal, wenn ich die Aufnahme ausmache, kurze Minute warte, weiß ich danach direkt, cool, drei Sachen oder so, ich habe vergessen anzusprechen. Aber mit dem Wolfsburg-Ding, muss ich auch mal sagen, auch ein bisschen Selbstlob, mit dem Ding nach Wolfsburg war ich echt, echt sehr, sehr zufrieden mit dem Spielfazit. Also wer da nochmal, vielleicht das nochmal mit drin haben will, der gerne nochmal reinschauen in das letzte Video. Hab da ja auch gesagt, also Wolfsburg, das hat mich schon sehr, sehr, sehr viel Respekt abgerungen, wenn man das so formulieren kann. Beziehungsweise das war das Spiel, glaube ich, der Saison bisher, wo ich echt am überzeugtesten bin von diesem VfB. Das ist echt krass. Also klar, wir hatten auch höhere Ergebnisse, dies, das war auch schon vor dem Spiel gesagt. Vielleicht auch mich da vor dem Spiel schon ein bisschen zu, ja nicht negativ, aber zu, ja, das Spiel vielleicht auch zu schwer gehalten oder für Wolfsburg ein bisschen, ja, übertrieben hochgehoben vor dem Spiel. Aber, ne, wir hatten Leipzig einmal verloren mit einer guten ersten Halbzeit und einer schlechten zweiten. Wir hatten Freiburg als größeren Gegner, sag ich mal, tabellarisch die letzten Jahre, wo dann so ein wildes 5-0 zu Hause passiert. Sonst, wie gesagt, ist auch kein Grund zu sagen, wir wären irgendwie, ne, wir hätten einen einfachen Start gehabt, wie es ja manche tun, vielleicht auch aus anderen Fanlagern tun. Ist ja auch, wie gesagt, kompletter Quatsch, weil, ich hab's ja auch schon mal angesprochen, dieser Sieg gegen Darmstadt war der erste gegen den Aufsteiger seit acht Spielen. Also, das ist nicht gottgegeben, dass wir, auch wenn es vielleicht gerade Klubs wie Köln und sowas sind und Mainz gerade nicht gut geschah sind, ist es trotzdem nicht gottgegeben, dass wir die schlagen. Ne, das ist in den letzten Jahren einfach nie passiert, so, aus den 18 Punkten in den letzten Jahren vielleicht, wenn die halt eben auch einen schlechten Start hatten, ne, bei dem Programm mit schlechten Start von den Gegnern, hättest du halt vielleicht acht Punkte geholt, aber halt keine 18, ne, so, jetzt mal so gesagt. Deswegen ist auch das überhaupt keine Ausrede oder irgendwie eine, ja, Verkleinerung von unserem kranken Saisonstart. Aber Wolfsburg war halt schon echtes Niveau, so, ne, Platz acht, Platz neun mit Hoffnungen oder vielleicht auch Ambitionen, haben wir auch gut Geld, äh, im Kader stecken, Kaderwert stecken, ähm, Richtung Platz sieben, Richtung Platz sechs, Richtung Platz fünf und sowas. Und die dann zu schlagen, wie gesagt, nach der ersten Halbzeit, die von beiden Seiten nicht überragend war, aber Wolfsburg da, glaube ich, schon auch nicht unverdient geführt hat. Und dann in der zweiten Halbzeit so zurückzukommen gegen so eine Mannschaft wie Wolfsburg, die auch so dreckig gespielt haben, viel gefoult haben, ähm, wie gesagt, in der Halbzeit hatte ich auch so das Gefühl, ja, heute würde ich schon am ehesten den Punkt mitnehmen, auch schon vorm Spiel habe ich das Gefühl, da würde ich am ehesten noch einen Punkt mitnehmen aktuell, ähm, wo man natürlich in diesem Hype gerade überall sagt, boah, da können wir auch gewinnen, boah, da geht ja auch wieder was. Aber Wolfsburg war so das Erste, wo ich dachte, boah, das ist schon richtig, richtig Gradmesser. Ähm, das noch zu drehen gegen Wolfsburg, auf die Art und Weise zu drehen, das ist schon, das ist schon wirklich, wirklich brutal, ähm, der beste VfB-Saison statt aller Zeiten. Kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu Statistiken, ähm, aber hier natürlich auch, das ist so ein bisschen die Überschrift zu dem Wolfsburg-Spiel so, die 18 Punkte nach sieben Spielen, so gut sind wir noch nie gestartet in eine Bundesliga-Saison. Ähm, die nächste Gerasi-Show, Dreierpack, ähm, das ist komplett, komplett absurd. Da habe ich auch einen ganz, ganz, äh, ganz netten Tweet, ähm, irgendwo gesehen gehabt, nach dem Motto, Halbzeitansprache von Hoeneß, ähm, oder quasi so ein bisschen Gespräch zwischen Hoeneß und, äh, Gerasi in der Motto, so, Seru, du darfst wieder, und dann zweite Halbzeit macht er seine drei Hütten so auf Spaß, ähm, das ist schon brutal und berichtet ja nicht nur ich, berichten ja auch alle anderen auch immer davon, das sind ja keine, der hat ja keine drei Elfmeter bekommen, der hat da nicht dreimal das Ding irgendwie vorgelegt bekommen und aus drei Metern ins leere Tor eingeschoben, das sind Treffer, das sind richtig geile Hütten, so. Der Elfmeter, ja, ist ein Elfmeter, klar, aber den macht er halt auch eiskalt in die Mitte, komplett cool, tief und entspannt mit dem kompletten Ruhepuls, das ist unglaublich. Das zweite, dieser leichte, kleine Touch, um am Keeper vorbeizugehen, wie gesagt, manche schließen da direkt ab, vielleicht sind da mehr oder minder in der Schlussphase, wollte gerade sagen, kurz vor dem Spiel, äh, kurz vor Spielende, ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber in der Schlussphase, und der, ne, kleiner, kleiner Touchkeeper vorbeilegt rein, das ist unglaublich, das dritte auch wieder, manche, wenn sie da Ball bekommen, ballern drauf, weil sie sehen, boah, Keeper ist draußen, nur ein paar Verteidiger, ich ziehe jetzt drauf, ne, der nimmt sich die Zeit, der nimmt sie sich einfach, trippelt vorbei, der eine krätscht, der andere hier, der andere springt da hoch, ah, rechts unten ist frei, entspannt, rein damit. Das ist unglaublich, so, der Mann hat einen Lauf, das ist komplett verrückt, und eigentlich braucht er natürlich jetzt hier auch noch einen Gerasie-Part, aber kann ich auch schon mal vorwegnehmen, das werde ich in einem anderen Video behandeln, was natürlich um Gerasie nicht nur die Tore gibt, sondern auch noch ein paar andere Thematiken, das klient man tatsächlich mal aus, in ein anderes Video, habe ich zumindest vor, und damit waren wir auch dann an dem Samstag Tabellenführer wieder, ne, sieben Spiele, 18 Punkte, wir waren Tabellenführer, dann natürlich von Leverkusen überholt worden, das ist unglaublich, und es ist ja wirklich genau so, ich habe hier das Beispiel, beispielhaft den Tweet von Ricky Palm hier dran, mit der Überschrift, also über der Tabelle der Überschrift, und ihr könnt nichts dagegen tun, und das ist ja gerade so, wir werden ja hier nicht zugeschissen mit Glück, wir spielen keine Unionssaison, wo wir irgendwie 20 Punkte mehr holen, als zu erwarten war statistisch, und sonst was überperformen, tun wir ja nicht, so, wir verdienen uns diese Siege, und das Krasse ist ja auch, dass wir die mit Abständen gewinnen, wie gesagt, kommen wir auch schwer dazu, kleiner Statistik-Part, wir gewinnen die mit Abständen, so, wir mussten, also vielleicht schon zittern, ne, weil Last Minute ist immer noch Last Minute, aber, ne, Köln, kurz vor Schluss, zwei Tore Abstand, Mainz, zwei Tore Abstand, kurz vor Schluss, oder mit einem Abpfiff gefühlt, ne, gegen Darmstadt, zwei Tore Abstand am Ende, gegen Wolfsburg, selbst da auch wieder zwei Tore Abstand am Ende, das ist brutal, was wir hier gerade erleben, so, und auch ein schönes Zitat, ich meine, klar, auch für Wolfsburg auch schwierig, glaube ich, oder jetzt auch, um das noch loszuwerden, gegen Wolfsburg und Fanszene und so weiter, die sind es vielleicht auch nicht so generell oft gewohnt, aber hier, Janik Gerhard von Wolfsburg auch noch nachgesagt, wir hatten dem Druck dieser Arena nichts mehr entgegenzusetzen und das ist halt auch ein ganz, ganz dickes Lob und auch ein ganz, ganz klarer Punkt, der wichtig ist, weil, ich habe es auch in dem Stadion-Flog-Fazit, glaube ich, auch angesprochen, die Stimmung war gut, wie gesagt, unsere Stimmung war nie irgendwie groß scheiße oder so, im letzten Jahr, oder, gut, im letzten Jahr sind es übertrieben, aber das ist es auf jeden Fall nicht, aber es war natürlich ein bisschen ruhiger, ein bisschen sanfter, so, boah, leg mal 1 zu 0 hinten und, ja, so ganz willst gerade nicht die erste Halbzeit und so, und, boah, vielleicht ist ja Wolfsburg echt vielleicht der Gradmesser, mal gucken, was so bei rumkommt und ist halt schon auch siegesverwöhnt, ne, also vielleicht kam auch da so ein bisschen, hatte ich auch schon bei Darmstadt das Gefühl, dass es auch bei Darmstadt ein bisschen ruhiger war oder auch halt dem Ergebnis, sage ich mal, nicht entsprechend über eine Phase ruhiger war, weil man dachte, ja, es ist halt Darmstadt, die schlagen wir halt gerade, weil wir so gut sind halt gerade, das dürfen wir halt nicht eintreten lassen, dass wir jetzt denken, wir wären da größeres oder sowas, aber da habe ich bei der überragenden Mehrheit der Fans auch nicht das Gefühl bei, aber gegen Wolfsburg war es schon so ein bisschen Fahrt über Zeiten, aber ab diesem Elfmeterpfiff, schon vorm Tor, also ab dem Elfmeterpfiff, letzte halbe Stunde in grob, ging halt wieder komplett steil, also da braucht man nicht drüber reden, da ging es halt komplett ab und dann kann ich dieses Zitat von Gerhard auch komplett nachvollziehen, also, dass es Heim macht, ist brutal, Hoeneß ja auch immer noch ungeschlagen zu Hause in Heimspielen in der Bundesliga, eine Niederlage hatten wir, das war ein Pokal gegen Frankfurt, aber in der Bundesliga sind wir unter Hoeneß immer noch zu Hause ungeschlagen, ist da gerne weiterhin zu bleiben, zu Hause in der Macht zu werden, das wäre natürlich auch brutal wichtig und natürlich, was ich auch gerade gesagt habe und auch vergessen habe zu Kerasi, das war ja nicht nur ein Hattrick, das war ein lupenreiner Hattrick, weil keiner zwischen ihm getroffen hat, per Definition ist das ein lupenreiner Hattrick, plus der schießt den halt in 15 Minuten und auch da jetzt kein Disrespect oder so, der schießt den halt nicht gegen Darmstadt, er schießt ihn gegen Wolfsburg in 15 Minuten, das ist komplett, komplett krass, jetzt habe ich hier ein, zwei Tweets rausgenommen, zu denen ich aber nicht tiefer was sagen kann, weil, ne, habe ich, glaube ich, auch nie großen Ehe draus gemacht, ich bin nicht der, der sich ein Spiel anguckt, vielleicht kommt das noch irgendwann, aber der sich ein Spiel anguckt oder vielleicht auch, ja, angucken kann überhaupt und da taktisch groß guckt und wie hat er da verschoben und die Umstellung, aber, was auch sehr, sehr geil ist und was auch voll in das Reinspielt, dass wir sagen, ey, wir holen die Dinger hier nicht unverdient so, wir holen uns die Punkte verdient, die Siege verdient, weil wir eben geilen Fußball spielen, auch einen geilen Trainer am Start haben, ähm, auffällig viel Lob aktuell von Leuten, wo ich zumindest sage, denen vertraue ich, dass die wirklich Fußballahnung haben und auch auf Twitter und so weiter ein bisschen bekannter für sind, für Analyse und so weiter, ähm, bei den Umstellungen, ne, auch die Einwechslung wieder, wenn Unterf reinkommt, Silas reinkommt, ne, immer wieder sehr, sehr wichtig, äh, auch schon in Köln gewesen, hier Tobias Escher ist es, der das, äh, sagt, Niklas Levinson ist es, da sind schon ein paar Leute dabei, denen ich das einfach abnehmen, denen ich auch gerne, wo ich auch gerne lese quasi und sage, boah, cool, die Analyse ist echt ganz geil für uns gerade, ich sage, ich bin, ich habe diesen Blick da nicht drauf, ich bin nicht der Taktik, äh, Taktik-Typ, so, ähm, aber die loben halt richtig, ne, hier Tobias Escher, Fehler erzwingst, lautet das Credo der meisten Bundesliga-Trainer in den vergangenen zehn Jahren, was aber tun, wenn Teams wie Leverkusen oder Stuttgart selbst bei starkem Pressing keine Fehler begehen, und das ist schon ein sehr, sehr hohes Lob, ähm, deren Spielweise erschüttert die Philosophie so manch eines Gegners, ähm, und auch hier Niklas Levinson, hier von Culture Berlin, 50 plus 2 Podcast und so, Stuttgarts Umstellung, 60. Minute, bringt die Wende, aber warum, zumindest meiner Meinung nach, weil der VfB mit Ball oft ein Boxmittelfeld bildet, ein Vorteil dieser Ordnung, man dominiert numerisch das Zentrum und kommt nach Ballverlust sehr gut ins Gegenpressing, über ein 2-1 und 3-1, Hoeneß on fire. Und das ist doch einfach wirklich, da kriege ich gefühlt Gänsehaut beim Durchlesen von so Sachen, von Tweets durchlesen, weil das einfach so wunderschön ist, wie das gerade läuft, das nächste hier geht direkt weiter mit Wunderschön und gefühlt Gänsehaut. Das ist mir auch aktiv aufgefallen, weil der VfB will ja auch nicht abheben, auch finde ich vollkommen richtig, auch der Umgang von den Spielern, Trainern, Verantwortlichen mit den Spielen immer, finde ich wirklich komplett sauber, komplett gut, ähm, aber mir ist wirklich, vielleicht war es auch schon davor ein paar Mal so und ich habe einfach nicht drauf geachtet in der Kurve, aber da ist mir nach dem Spiel erstmals richtig aktiv aufgefallen, wie sie wirklich ihren Kreis machen nach dem Spiel und da wirklich auch ein bisschen gehüpft sind und wirklich sichtlich in dem Kreis sich oder den Sieg gefeiert haben. Das ist mir da beim letzten Spiel nicht so groß aufgefallen, weiß nicht, ob es das schon mal gab, gerne in Kommentare, generell natürlich wie immer zu allem, was ich hier bespreche und von mir lasse, gerne in die Kommentare damit oder was ihr zum VfB ablassen wollt, alles. Aber da wirklich richtige, ne, richtige Jubeltraube und das war richtig, richtig geil. Da merkst du auch, es ist nicht nur Gerasi, es ist nicht nur Führig, es ist nicht nur ein Stänze, der gerade gut aufspielt, obwohl er eigentlich, ne, nicht die Position einnimmt, wenn ein Wagnermann oder so normalerweise das spielen würde, ne, so Geschichten. Es sind halt alle, es sind alle. Es ist auch nicht nur ein Stiller, es ist auch nicht nur ein Anton, es ist nicht nur ein Nübel, nicht nur ein Hoeneß, es sind alle, es ist das komplette Kollektiv und das ist richtig, richtig geil. Und auch da, ich hätte gerade fast gesagt, das kommt mir zu kurz, aber ich glaube, ehrlicherweise zu kurz kommt es doch nicht. Aber was wir mit Sebastian Hoeneß für einen Fang gemacht haben, ist schon echt, echt, echt krass. So, das hätte ich auch vor der Ankunft bei uns nicht erwartet, weil einfach so, klar, Hoffenheim trainiert, aber darüber hinaus schon so ein bisschen, einfach, ja, ein unbekannterer war, so ein leeres, leeres Blatt war. Aber hier habe ich ein wunderschönes Bild auf Twitter gepostet, hier, wo einfach Hoeneß dann auch abklatscht mit den, äh, zwei, zwei Kindern, äh, von Gerasi, würde ich mal tippen, von Gerasi hat Gerasi-Trikot an, ähm, die er auch mitgenommen hat zum, zum Jubeln vor der Kurve, auch wunderschönes Bild, auch da ganz klare Geschichte, der Mann ist schon definitiv verbunden mit dem Verein, aber wie gesagt, zu Gerasi nochmal ein externes Video, ähm, das ist einfach wunderschön, das ist ein wunderschönes Zeichen, da läuft alles, und wie gesagt, zu Sebastian Hoeneß, brauchen wir nicht groß drüber reden, der Mann fährt hier weiterhin auf Champions-League-Kurs in der Bundesliga, in seiner Punkteausweise, dem er bei uns ist, er hat uns gerettet, wir waren ja wirklich komplett am Arsch, letzte Saison, bevor der kam, ähm, und das ist schon brutal, und das hat ja schon auch von, damals, von Beginn an angefangen, so gefühlt, bevor das erste Spiel gegen Nürnberg kam, und auch das Spiel danach schon, ähm, allein die Pressekonferenzen, sein Auftreten, wie er sich ausdrückt, wie er rüberkommt, das ist neben dem Trainer, ohne ihn jemals persönlich getroffen zu haben, logischerweise, aber das ist, glaube ich, neben dem Trainer sein, auch ein richtig guter Typ einfach, ein richtig starker Typ, ähm, da muss ich einfach die Lobpudelei auch da einfach nochmal loslassen, und zum Abschluss von dem, äh, Punkt hier noch, ähm, auch nur ganz, ganz kurz mit rein, aber wir haben es auch damals immer, und auch immer zu Recht gesagt, boah, krass, wie sich ein Stiller einfindet, so, gewechselt direkt reingekommen, also von Hoffenheim zu uns gewechselt direkt reingekommen, spielt hier, es wäre seit Jahren da, und das bei vielen anderen Spielern auch, die, die neu dabei sind, Nübel und so, ne, aber, wenn man das Horn blasen, müssen wir auch bei unserem nächsten Neuzugang, der vielleicht sogar Zagadou, weil wurde ja dieses Mal von Beginn an, oder wäre möglich gewesen, Zagadou wieder zu bringen, von Beginn an, ähm, oder mal gucken, jetzt vor allem, war ja ein bisschen angeschlagen, äh, Zagadou, mal gucken, wie es dann bei Union aussieht, aber natürlich Roh auch ganz wichtig, wenn man das Roh blasen von, krass, wie schnell der sich einfindet, muss man es auch bei ihm sagen, ich meine, klar, der hat sehr, sehr viele Liga A-Spiele gemacht, ist ja auch ganz klar, ähm, also, es ist auch kein Unerfahrener, aber es ist trotzdem krass zu sehen, der hat auch, ne, Köln, Wolfsburg jetzt, und du hast das Gefühl, der spielt hier seit Jahren in der Innenverteidigung, ist mir zumindest nicht groß negativ aufgefallen, das ist auch absolut, äh, lobenswert. Jong, kein Militärdienst, ist der nächste Punkt, äh, kurz und knackig, aber mal auch mitbekommen, lief während dem Spiel quasi parallel, oder hat schon früher Angriff gewesen, ähm, der hat mit Südkorea, äh, die, boah, wie heißt denn das? Asia-Spiele, ne? Ja, Asia-Games, ähm, hat er gewonnen, da vertue ich mich ständig beim Namen, deswegen nochmal nachgeschaut, hat das Ding gewonnen, und ist eben damit jetzt, ähm, befreit von dem großen Militärdienst, sag ich mal, ähm, jetzt bleibt nur noch eine rund dreiwöchige Grundausbildung, ich hab keine Ahnung, wann er die macht, aber die wird wahrscheinlich auch locker in irgendeiner Pause machen können, dass es eben, äh, dass er keine Spiele verpasst dadurch, ähm, denn jeder Südkoreaner muss vor seinem 30. Lebensjahr einen 20-monatigen Militärdienst absolvieren, äh, auch als Profisportler ist er davon nicht befreit, außer eben, wenn man einen großen sportlichen Erfolg für sein Heimatland holt, hat er jetzt getan, das heißt, es sind keine 20 Monate, sondern eben nur erstmal die drei-monatige, ähm, ähm, ja, Militärdienst, dreimonatige Grundausbildung, ähm, auf jeden Fall auch schon mal gute, gute Nachrichten, und da, gerade schon gesagt, wenn wir in die Thematik gehen, von Teamgefüge, Kollektiv, auch da schön, äh, hat, hat Hoeneß erzählt, ähm, dass die gesamte VfB-Mannschaft noch nach dem Spiel gegen Wolfsburg mit ihm, also mit Jong, gefacetimt hat, in der Kabine, ähm, und, äh, ja, sich, ja, kratuliert hat, sich gefreut hat, und das macht den Tag heute doppelt so schön, sagt Hoeneß, das ist auch wieder ein klares Zeichen, was da wieder, das ist einfach stimmt, das ist einfach stimmt, fassen wir uns so zusammen, ähm, und war auch schon bekannt, aber natürlich auch mal Vollständigkeit halber, es kommen jetzt wohl nochmal 750.000 Euro auf die Ablösesumme an Freiburg dazu, ähm, wurde damals auch schon berichtet, dass quasi, wenn er den Militärdienst antreten muss, dann bleibt die Summe so, ähm, und wenn er ihn nicht antreten muss, weil logischerweise, dann kann er ja spielen so, dann muss er keine 20 Monate, ist er halt nicht weg, sondern dann, dann hilft er uns natürlich auch, und da hat sich dann Freiburg irgendwie wohl noch das Ding gesichert, dass er, wenn er es schafft, von dem ja auch viele, sag mal, ausgegangen sind, denke ich mal, wenn man ihn holt, ähm, dann sollte man sich schon sicher gewesen sein, dass er auch wirklich hier spielt und nicht nach einem halben Jahr oder irgendwann mal weg ist für 20 Monate, ähm, auf jeden Fall 750.000 Euro laut der Bild, die Zahl hier, ähm, gehen noch wieder an Freiburg. Statistiken und Rekorde ist der nächste Punkt, da kommen wir einfach zu Vereinsstatistiken, wie gesagt, Gerasi ist nochmal ein anderes Thema, der kommt in einem anderen Video, auch wenn ich da jetzt natürlich auch schon ein bisschen was angesprochen habe, äh, vorhin zu ein paar Gerasi-Geschichten, da kommst du einfach nicht drum herum, ähm, das letzte Mal, fünf Siege in Folge, was wir jetzt geschafft haben, ähm, war unter Gramny, das war unter Jürgen Gramny, 15-16, ist aber eine der Statistiken, die sich erstmal geil liest, weil, boah, lange her, heftig, aber da darf man sich nicht, nicht so groß dran erinnern, ähm, dass, ja, wann das war, nämlich unter Gramny 15-16, und da haben wir, äh, ja, damals die Saison mit Abstieg beendet, ne, da waren wir auch ganz kurz, der kam ja irgendwann mit in der Saison übernommen, da waren wir ganz kurz irgendwie mit irgendwie Auswärtssiegen in, in Frankfurt, wo ich dabei war und so Geschichten, ähm, da waren wir irgendwie ganz kurz, äh, kurz davor, ein bisschen Euphorie aufzubringen, in Richtung, boah, guck mal, fast europäisch, oder auf jeden Fall Einsteiger, Tabellenplatz und sowas, und dann auf einmal noch eine richtig beschissene Phase, und alles verloren, kein Trainerwechsel mehr gemacht, dann sind wir abgestiegen, aber, ne, das blenden wir mal ganz, den Fakt blenden wir einfach mal aus, zu der Statistik, ähm, und vorhin gesagt, zwei Tore Abstand, das ist das erste Mal in der VfB-Club-Geschichte, dass wir in der Bundesliga fünf Spiele am Stück gewinnen, plus eben, also mit dem Zusatz, dass es jeweils mit zwei Toren Abstand war, der Sieg, ähm, und das ist echt, das ist eine brutale Statistik, so fette ich aus, das ist komplette Dominanz, das ist krass, das ist wirklich krass, und, wir machen ja gerne die Vergleiche, äh, dann auch zu den letzten, äh, Saisons, natürlich ist das jetzt komplett absurd gerade, weil letzte Saisons waren ja, ne, Platz 16, Platz 15 einfach richtig scheiße, ist ja logisch, die Saison jetzt hier besser ist, ist immer wieder komplett aberwitzig zu sehen, wie viel besser die letzten, äh, diese Saison im Vergleich zu den letzten Saisons ist, äh, hat hier einer rausgeschrieben, wenn wir jetzt die nächsten 13, ja, die nächsten 13 Spiele verlieren, dann hätten wir nach diesen 13 Niederlagen immer noch mehr Punkte, als wir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt hatten, das ist komplett absurd, wir sind an Spieltag 7, das heißt, wenn wir jetzt die nächsten 13 verlieren, an Spieltag 2021, hätten wir gleich vier Punkte, wie wir letztes Jahr an dem Spieltag hätten, da merkst du mal, was das für ein komplett, komplett kranker, äh, Saisonstart ist, auch das hier, natürlich, das ist eine größere Statistik, und die, die Platzierung klingt auch nicht so cool, so grundsätzlich, aber ich find's doch schon irgendwie echt cool, ähm, nämlich auf die komplette Bundesliga gesehen, in Sachen Saisonstarts, nach sieben Spieltagen, haben wir den siebzehnt-besten Saisonstart, nach sieben Spieltagen, in eine Bundesliga-Saison gespielt, aller Zeiten, aus allen Teams, seit es in die Bundesliga gibt, seit 1963 ist das, ähm, das ist echt brutal, und hier auch noch, der nächste, der in die Saison auch mit reinkommt, Leverkusen hat den siebt-besten Saisonstart, nach sieben Spieltagen, äh, hingelegt, in dieser Saison, also zwei Teams, die sich da, in die ganz, ganz große, äh, in den ganz, ganz großen Vergleich, äh, einreihen, ähm, vorhin angesprochen, hier Kicker schreibt, Kurs auf Königsklasse, die Hoeneß-Tabelle, Dortmund auf 1, 15 Spiele, 35 Punkte, Leipzig auf 2, 15 Spiele, auch 35 Punkte, Bayern auf der 3, ähm, 15 Spiele, 33 Punkte, und dann sind wir schon auf 4, also seitdem Sebastian Hoeneß am 3. April übernommen hat, in der Bundesliga, ne, Pokal außen vor, nur in der Bundesliga, 15 Spiele gemacht, 38 zu 20 Tore, und 31 Punkte geholt, das ist, ja, minimal besser als ein 2-Punkte-Schnitt, das ist komplett absurd, und eben Platz 4, im Bundesliga-Vergleich, auf Champions League-Kurs, und, das ist natürlich auch ein Riesending, was sich komplett surreal liest, immer noch, wenn man es eben vor allem, in den Blick, mit den letzten Saisons, äh, sich, sich anschaut, und durchliest, wir haben aktuell, die beste Chancenverwertung, in der Bundesliga, letzte Saison, letzten Jahre, auch wenn ich jetzt hier quasi, nochmal, äh, ja, die Rückblenden mache, immer wieder, da waren wir ja, Chancenverwertung war ja nichts, so Expected Goals, und die richtigen Goals, waren auseinander, wie sonst was, Expected Points, und die wirklichen Points, waren auseinander, wie sonst was, jetzt haben wir gerade, die beste Chancenverwertung, der Liga, 51,2%, ähm, und Platz 2 ist Hoffenheim, also nächste Überraschungsmannschaft, haben wir ja auch bald als Gegner schon, ähm, sind 8% schlechter, da sind wir bei 43,2% Chancenverwertung, das ist wirklich, wirklich brutal, und, ähm, wir haben natürlich auch, natürlich, ist nicht nur Gerasi, ist nicht nur Führig, aber, in den Statistiken hier schon, wir haben gerade den besten Torschützen, der gesamten Bundesliga, 13 Hütten Gerasi, und wir haben auch den besten Vorlagengeber, der Bundesliga mit Führig, mit 5 Vorlagen, das ist schon, das sind Statements, nach 7 Spieltagen, das ist richtig, richtig geil, und wie immer, beim Statistikpart, natürlich auch gesagt, ähm, den auch meist noch, mit bisschen ausführlicher, als hier in meinen Videos, auch kurz und knackig immer, gibt es Import Cannstatt, wo ich meine Einspieler habe, zu den Daten zum Spiel, und da gab es natürlich, beim letzten Podcast, statt vom letzten Donnerstag, ähm, meinen Einspieler, meinen Rückblick zum Wolfsburg-Spiel, natürlich auch mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr geilen Statistiken, dann kommen wir zu, die nächsten Spiele, weil wir einfach mal drauf gucken, und auch einfach mal ein bisschen auch, ja, einfach mal ein bisschen Brust raus auch, in Sachen VfB, aber ein bisschen Brust raus, ohne zu übertreiben, ähm, aktuell Platz 2, 7 Spiele, 18 Punkte, Leverkusen 1 Punkt vor uns, Bayern Dortmund Punkt gleich hinter uns, Hoffenheim 3 Punkte, äh, ja, hinter uns auf Platz 5, Leipzig 4 Punkte hinter uns auf Platz 6, und dann schon ein bisschen mehr Tipp auch noch drin, äh, Wolfsburg sind 6 Punkte Abstand auf Platz 7, und natürlich auch, ganz wichtig, es sind gerade 13 Punkte Abstand auf Platz 15, auf den ersten, äh, auf Augsburg, und sogar 14 Punkte auf Platz 16 auf Bochum, aber, wollt mal hingucken, und, klar, man muss jetzt auch nicht übertreiben, ne, ist ja auch allen klar, ähm, aber wenn man mal drauf guckt, das nächste Programm, oder generell, was da noch kommt in der Liga, ähm, da muss man echt sagen, wir können halt wirklich Brust raus, so, wir sollen nicht überdrehen und sowas, aber mit uns ist halt echt aktuell, wenn wir weiterhin so spielen, ist mit uns sowas von dermaßen zu rechnen, und das einfach im Sinne von, dass keiner gegen uns ein Easy Win kriegt, nicht im Sinne von, dass wir weiter auf Platz 2 bleiben, oder sowas Verrücktes, ne, oder Champions-Qualifikation am Ende der Saison, ne, nichts sowas Verrücktes, aber einfach auch ein bisschen selber sich mal pushen, ein bisschen selber sich auch loben, weil es kommt Union auswärts, klar, ist immer eklig Union auswärts so, ähm, gegen die haben wir in der Bundesliga auch noch nie gewonnen, also wird ein ekliges Spiel, aber aktuell vorm Kurve sind das wir, dann ist zu Hause gegen Hoffenheim, auch sehr interessant, zwei Überraschungsmannschaften, ist halt immer noch ein Heimspiel, ne, es ist Heimspiel, da muss halt auch was gehen, dann hast du Pokal gegen Union, direkt, äh, hinterher, ähm, auch da Heimspiel und aktuelle Formkurve spricht schon für uns, Pokal wäre auch extrem geil, wenn man weit, äh, wieder weit kommen würde, war schon sehr geil, letzte Saison, äh, letzte Saison habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Heidenheim ist natürlich auch maximal eklig, so, ähm, ähm, auswärts zu spielen, aber auch das vom Anspruch, und ich sage jetzt auch von Anspruch vor der Saison, wie bei Darmstadt damals auch, Anspruch vor der Saison beim Blick auf den Spielplan ist klar, wenn du nicht absteigen willst, dann solltest du gegen die Aufsteiger punkten, deswegen ist Heidenheim auch auf jeden Fall so ein Spiel, und dann haben wir ein absolut brachial geiles Top-Spiel, Stuttgart gegen Dortmund, das wird richtig geil, da habe ich richtig Bock drauf, letzte Saison das verrückte 3 zu 3 gehabt, Dortmund, klar, die gewinnen gerade ihre Spiele, auch ein bisschen eklig so, äh, auch lange ungeschlagen in der Bundesliga, aber Dortmund ist jetzt auch, ne, die spielen jetzt nicht, nicht dementsprechend, wie sie ihre Siege holen, sag ich mal, ähm, Frankfurt auswärts auch immer eklig, schön Samstagabend, knackiges Top-Spiel der Woche, ähm, also definitiv immer eklig, ähm, aber Frankfurt auch so ein komischer Saisonstart bisher, ne, dann zu Hause gegen, äh, gegen Bremen, auch Top-Spiel der Woche, 18.30 Bremen, auch kein guter Saisonstart, ähm, da muss auch was gehen, so bei Heimspielen sowieso immer, dann kommen halt vor allem nochmal zwei Dinger in Richtung, äh, Länderspielpause in Richtung, ähm, Winterpause, die natürlich auch dann für Saisonende brutal interessant werden, nicht weil wir da noch um Meisterschaft mitreden, ne, versteht mich nicht falsch, überhaupt nicht, ähm, aber weil ich glaube, dass die beiden Klubs, gegen die wir dann spielen, noch um die Meisterschaft mitreden werden, ähm, und dann haben wir jetzt natürlich erstmal Heimspiel gegen Leverkusen und danach Auswärtsspiel in München, das sind, das sind richtige, richtige Brocken, aber eben auch, es ist nicht nur Spieltag 14 und 15, sondern dann natürlich auch Spieltag 31 und 32, auswärts in Leverkusen 31 und zu Hause gegen die Bayern Spieltag 32, wir könnten sogar echt ein richtiges Wörtchen mitreden, in Sachen entscheidenden Spielen, kurz vor Saisonende um die deutsche Meisterschaft, mal gucken, wie es dann bis dahin weitergeht bei Leverkusen und Bayern, ist ja auch ganz klar, das sind natürlich absolute Brecherspiele und wenn das so weiterläuft, wenn das so gut oder verhältnismäßig gut weiterläuft, ähm, dann ist auch zu Hause gegen Leverkusen ein krasses Spiel, ich glaube, dann ist da auch richtig, richtig geil, äh, richtig, richtig fette Vorfreude drin, ähm, wobei ich bei Leverkusen auch tatsächlich sagen muss, die schlagen wir halt so, also vom Gefühl her selten, egal ob zu Hause oder aus, bei Leverkusen immer eklig, zu Hause natürlich immer besser, auch für uns ganz generell Heimspieler immer besser, ähm, und dann letzte Saison auch ein 1-1 geholt, also zu Hause ist da mehr auszurechnen als in Leverkusen natürlich, ähm, und in München natürlich auch immer, immer, immer schwierig, so brauchen wir uns jetzt auch nicht größer machen, als wir sind, klar, letzte Saison ist, äh, jeweils zwei Zeige gespielt, Unentschieden geholt, ähm, ähm, die Bayern waren für mich auch schon mal solider, als es jetzt sind oder waren, ähm, seitdem Tuchel da ist, vor allem auch, ähm, ähm, aktuell werden sie immer solider und natürlich auch noch ewig hin, 16.12. ist das Spiel, ähm, man wollte gerade irgendwie mal ein bisschen durchgucken, die Spiele, die Spiele bis zur, bis zur Winterpause dann, ähm, oder bis zum Hinterrundenende, sag ich mal, ähm, und das ist, das ist natürlich schon ein harter Brocken, ähm, danach englische Woche nochmal, das ist dann vor der Winterpause, englische Woche, zu Hause Augsburg, da muss was gehen, zu Hause Augsburg kann man glaube ich auch immer gut ausgesehen, da muss was gehen, und dann, schon nach der Länderspielpause, ist dann Gladbach noch auswärts, das ist natürlich auch schwierig, also in Gladbach holen wir auch selten was, aber Gladbach auch keine solide Saison bisher, was ich damit so ein bisschen, könnt ihr auch gerne reinschreiben, was ihr so glaubt, bei den Spielen, sind jetzt natürlich noch Ewigkeiten hin, ne, ist ja logisch, vor allem bei denen Richtung, äh, Dezember und Januar, ne, ist ja auch ganz klar, ich würde ein bisschen drauf gucken, und wie gesagt, ohne uns zu übertreiben, ohne uns zu überdrehen oder so, aber den kompletten, ja, der Begriff Respekt, den ich gerade nennen wollte, ist eigentlich auch nicht so ganz richtig, weil Respekt musst du immer vor Gegnern haben, sonst gehst du falsch in die Spiele rein, aber so richtig Angst, oder so richtiges Gefühl von wegen, ja, da verlieren wir es sicher, oder da geht ja mal gar nichts, habe ich halt da aktuell überall nicht so wirklich, am ehesten natürlich in München, ganz klare Geschichte, und am ehesten auch gegen Leverkusen zu Hause, weil das ist einfach eklig, Leverkusen ist immer eklig für uns, ähm, und Bayern ist Bayern, so brauchen wir nicht drum herum reden, und wenn wir jetzt auf die Liga nachschauen, ganz generell, will auch Dortmund gerade nicht runterreden, aber so wie die gerade spielen, ist es auch, ich sag mal, in Anführungszeichen, nur in Dortmund, dass ich da richtig Respekt vor habe, ähm, zu Hause gegen Dortmund kann schon echt was gehen vielleicht, ähm, und bei Leipzig, ähm, haben wir auch die schwerere Variante schon hinter uns, da haben wir schon auswärts gespielt, wo auch bei uns noch nie was gegangen ist, jetzt haben wir Leipzig noch in der Rückrunde zu Hause, und da geht zu Hause, wie gesagt, kennenzulich immer mehr, ich spreche davon, dass wir Leipzig zu Hause wegklatschen, ne, versteht mich nicht falsch, aber geht immer mehr, und wo ich so ein bisschen hin will mit dem Ding ist, Brust raus, mit uns ist zu rechnen, wenn wir so weiterspielen, sind wir richtig gut dabei, und dann, ohne jetzt zu sagen, dass wir, wenn wir die, dass wenn es überall gut läuft, ey, mit uns ist zu rechnen, wir werden, wir halten Platz zwei, ist auch übertrieben, aber so richtig, ich sag mal, Angst, Respekt, hab ich nur gerade, eigentlich vor Leverkusen auswärts, und vor den Bayern spielen. Der Rest, Leverkusen zu Hause, auch eklig, aber zu Hause, ist halt zu Hause bei uns gerade, da wird auch, wie gesagt, wenn, wenn, wenn das jetzt beispielsweise, wenn zu Hause gegen Dortmund, jetzt beispielsweise, Platz, Platz vier gegen Platz fünf ist, so wir gegen Dortmund, und Leverkusen später auch, dann irgendwie Platz fünf gegen Platz zwei ist, wir gegen Leverkusen zu Hause, dann ist da ja auch jedes Mal, eine dermaßene Ladung drin im Stadion, eine dermaßene Spannung drin in diesem Stadion, eine Vorfreude, eine Stimmung, und da ist dann auch wieder mit sehr viel zu rechnen, oder zumindest Stimmung, dann wird brutal sein, und dann kann sich auch einiges bewegen, wie gesagt, ich sag nur 3-3 gegen Dortmund, wie gesagt, Leipzig hat man auch schon die richtig, die richtig ekligen Brocken hatten wir schon mit auswärts, da geht zu Hause auch was, so, das will ich so ein bisschen rüberbringen, wahrscheinlich viel zu lange der Punkt hier gerade, aber ich fand es irgendwie mal angemessen, in der Leverkusen da mal drauf zu gucken, auch mal zu sagen, klar, kein Gegner unterschätzen, ist auch ganz klar, wir müssen uns auch nichts vormachen, dass die Serie irgendwann reißt, vielleicht auch irgendwie ein Spiel unglücklich verlierst, dann auch vielleicht mal aus Versehen, irgendwie mal zwei, drei Spiele am Stück verlierst, alles der normale Weg der Dinge dann, aber gerade können wir echt mit Brust rausgehen, wie schon seit Jahren nicht mehr, und wie gesagt, Respekt vor jedem Gegner, aber ich sag mal Angstrespekt, oder der Respekt vor, boah, ja, da müssen wir uns nicht die größten Hoffnungen machen, ist gerade halt echt für mich nur, auswärts Leverkusen, und die Bayern Spiele, so, und damit, ja, beende ich den Punkt hier mal, bevor ich komplett überdrehe, jetzt ein ganz kurzer, aber knackiger Punkt, kann man eigentlich fast einen Übergang nennen, von Bayern zu Bayern, mit Danke, aber lasst uns in Ruhe, weil es gab es letzten Tage ein bisschen Lob, auch wie gesagt, deswegen das Danke, in der, in der, in der Überschrift quasi, weil, ist auch irgendwo cool so, man muss ihn auch nicht feiern, ich tue es auch nicht komplett, aber wenn ein Hoeneß, äh, hier richtig schwärmt, sag ich mal vom VfB, ne, mit großer Freude, das Spiel des VfB beobachte, ähm, wenn die wirklich besser sind, äh, als wir, dann sollen sie vor uns stehen, und sowas, ähm, und die Hoeneß hier auch nochmal, äh, seinen Neffen hier, ähm, Sebastian Hoeneß dick gelobt, das ist pure Freude, er hat durch seine Arbeit, durch sein Engagement davor gesorgt, dass der VfB nicht abgestiegen ist, dass sie den Pokal ganz gut gespielt haben und dadurch finanzielle Mittel gewonnen haben, um diese, äh, die neue Saison vorzubereiten, ist ja schon, einfach auch großes Lob, so, wie gesagt, man muss Hoeneß nicht feiern, muss die Bayern nicht feiern, aber es ist grundsätzlich schon ein hohes Lob, so, da müssen wir uns auch nichts vormachen, ähm, auch hier, ich weiß gar nicht, boah, was hat denn der für eine Position, der Dresden von den Bayern, ich weiß nicht was genau, aber halt auch ein Offizieller von den Bayern, da irgendwo ganz oben mit dabei, ist nicht vielleicht sogar Präsident, ich bin da zu wenig drin bei den Bayern, richtigerweise glaube ich auch, ähm, dass, da ist natürlich der Punkt, dann, gerade war das Danke für das Lob, und jetzt kommt das Lass uns in Ruhe, natürlich auch da sofort an die Themen kamen, er wird natürlich auch dazu gefragt, deswegen muss es auch irgendwo beantworten, ähm, ähm, aber es nervt halt trotzdem, so, der ist 15 Spiele bei uns im Amt, macht einen geilen Job, Hönes, hat auch bei uns eine komplette Identifikation, bei uns Jugendspieler gewesen, dies, das, ich glaube, der ist dem Klub auch sehr, sehr nah, das merkt man auch immer wieder, ähm, dann natürlich logischerweise dann so Antworten wie, ja, auf lange Zeit kann man sowas nicht, nicht ausschließen, wir schauen natürlich seine Entwicklung an und sowas, er hat natürlich noch Verbindungen zu den Bayern und sowas, nicht nur, äh, von der Familienperspektive, wir gucken, was die, was die Zukunft bringt, vielleicht ja an irgendeinem Punkt, trifft es uns mal zusammen und sowas, lasst uns in Ruhe, Alter, wirklich, danke für euer Lob, danke für das Lob vom übermächtigen FC Bayern München, für die Arbeit von Hönes und vom VfB, aber lasst uns in Ruhe nach 15 Bundesligaspielen und ein paar Pokalspielen, äh, mit irgendeinem Rumgelabere von, ja, wir gucken den mal an und wenn wir den, ja, vielleicht, ja, holen wir den irgendwann mal, lasst uns mit, lasst uns einfach in Ruhe mit so einer Scheiße. Große Ticketverkäufe ist der nächste Punkt und das geht dann eben auch einfach damit auch, äh, ja, mit einher, dass es gerade so krass läuft, ähm, hat man den Dortmund verkauft, ein bisschen verfolgt auch auf Twitter und so weiter, ähm, das ist schon brutal, was da abging, weil was da für eine Vorfreude, oder was da für ein, ja, für ein Hype drin ist, wie viele Leute da ins Stadion wollen, natürlich auch ein Highlight-Spiel, Dortmund, Bayern, das, da ist immer mehr drin, ja, vor so Spielen, wo auch Leute hinwollen, die halt irgendwie dann einmal im Jahr ins Stadion gehen und dann halt so ein Spiel sich rauspicken, ne, ist ja auch ganz klar, aber ist trotzdem krass zu sehen, weil wie gesagt, wir haben schon 30.000 Dauerkarteninhaber, dann kommen da ja immer noch, was weiß ich, 6, 7, 8.000 aus Dortmund, das heißt, da gehen so circa 20.000 Karten in den Mitgliederverkauf und wir haben eine Warteschlange von über 70.000, das ist komplett krank, ich meine, es sind auch natürlich nicht, oder Nummern in der Warteschlange, es sind nicht gleichzeitig auch Personen, ne, man kann auch, äh, quasi alleine in, keine Ahnung, vier verschiedene Browser gehen und dann sind es halt vier statt nur eine Person, sondern vier Warteschlangen für eine Person, deswegen nicht 70.000 Personen, aber das ist schon krass, ich meine, wie viele Mitglieder haben wir, 85.000 jetzt aktuell und 70.000, äh, über 70.000, äh, Nummern, sag ich mal, sind in der Warteschlange für 25.000, äh, für 20.000 Karten, das ist schon richtig, richtig brutal, die Vorfreude ist krass, logischerweise auch da ein bisschen, ich meine, will ich jetzt auch nicht groß drauf reinhauen, weil es ist irgendwo logisch, bei so Top-Spielen, was ich ja auch schon gelesen habe, irgendwo irgendwie, in manchen Kategorien kosten da halt Tickets dann gegen Dortmund, 90 Euro so, das ist halt irgendwie, das sind irgendwie Champions-League-Karten, Niveau, das ist dann schon manchmal echt ein bisschen hart, ähm, und muss man auch da sagen, da ist halt wirklich jeder, ich inklusive, auch wirklich sehr gut dran, glaube ich, mit seiner Dauerkarte, und auch sehr glücklich dran mit seiner Dauerkarte, je nachdem, in welchem, ja, in was für gefragten Bereichen er so bekommt, in der Kurve zum Beispiel ist das sowieso immer, ist ja sowieso krass, wenn man da eine Karte, eine Karte kriegt, eine Dauerkarte hat, ähm, weil, ich weiß nicht, was bei Dortmund ist, aber ich habe es bei, 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 bei Hoffenheim gesehen, meine Dauerkarte, wie gesagt, das ist Sitzbereich Kurve, das ist auch dieselbe Preiskategorie, wie Sitzbereich und der Türkheimer Kurve, ne, ich glaube, das dunklere Grün müsste es sein, in der, in dem Blockplan, wenn man die Tickets kauft, sind runtergerechnet pro Spiel, also mein Gesamtpreis durch 17, recht genau 20 Euro, eine Einzelkarte, in diesem Bereich, in genau dem gleichen Bereich, kostet gegen Hoffenheim 35 Euro, das heißt, du sparst dir halt wirklich mit einer Dauerkarte pro Spiel, 15 Euro, grob, bei Dortmund, ich habe es nicht nachgeschaut, aber Dortmund kann ich mir vorstellen, dass dann in dem Bereich vielleicht irgendwie dann schon fast 40 Euro sind oder so für eine Karte, ähm, gibt es bestimmt auch andere Preiskategorien noch, weiß ich nicht, weiß ich in welcher Hoffenheim ist, ich würde mal sagen, dass sie sich in der mittleren, äh, mittleren Preiskategorie dann anpendelt, das heißt, da gibt es auch Spiele, wo dann die Kategorie 30 Euro kostet pro Karte statt 35, aber man spart sich halt echt immer so grob im Mittelmaß über die Saison gesehen, 15 Euro pro Spiel, kann auch sehr gut sein, dass es in anderen Kategorien, die noch teurer sind, dann auch noch mehr Rabatt ist dann auf Spiele gesehen, so Gegentribüne zum Beispiel oder sowas, aber da wurde ja auch teilweise gegen Dortmund irgendwie, keine Ahnung, 70 Euro kosten, also Dauerkarte ist ja jedes Mal schon echt krass, plus natürlich auch der große Vorteil logischerweise, dass du eben nicht in solche Verkäufe rein musst für die ganzen Heimspiele, ne, das ist ja auch ganz klar, ähm, und da sind wir auch, wie einfach auch das, ja, angehoben wurde es ja glaube ich nicht groß, ich glaube letztes Jahr gegen Dortmund hast du auch ähnlich viel gezahlt, aber natürlich, ähm, merkst du auch diesen Hype und dass vielleicht auch der VfB das erkennt, vielleicht Ticket ein, hier an einer anderen Stelle auch ein bisschen teurer gemacht hat, aber ich will ja auch keinem irgendwie was unterstellen oder sowas, ich habe nicht die genauen Vergleichsdaten zur letzten Saison, aber, ähm, ja, ist immer wieder krass zu sehen, wie teuer das mittlerweile geworden ist, ähm, für so Top-Spiele gegen Dortmund und so weiter, ähm, fällt mir jetzt auch gerade ganz random ein hier, als wir den, äh, hat ja auch angesprochen, im Podcast zum Magath hatten, zu 20 Jahre diesem VfB gegen Manchester United-Spiel, da hat irgendwer auch Twitter sein Ticket gepostet, sieben Euro in der Kurve, sieben Euro in der Kurve für Champions League gegen Manchester United, das heißt, auf drei Spiele hochgerechnet, hat dann quasi eine Champions League-Gruppenphasen-Dauerkarte in der Saison 21 Euro gekostet. Da merkst du mal, wie krank die ganzen Preise hochgegangen sind, aber, ja, ich sag mal, genug von der, äh, Fußballgesellschafts-Geld, keine Ahnung was, Kritik, die hier irgendwie, in die ich fast ein bisschen abgedriftet bin gerade. Auch natürlich, weil wir gucken gleich noch ein bisschen auf die anderen, äh, Tickets und wann die Verkäufe sind und sowas, weil ich dazu auch öfter mal gefragt werde, ähm, es wurde noch ein Spiel angesetzt, Union Berlin nämlich, Pokal gegen Union Berlin, wurde leider auf den, ich sag mal, ekligeren, ähm, Anpfiff, äh, ja, ähm, terminiert. Dienstagabend, 31.10.18 Uhr ist Anpfiff, also nicht der 20-30 Anpfiff, wäre, glaube ich, geiler gewesen auch für die meisten, weil klar, das ist, weil auch da, dass manche, glaube ich, gefragt hatten, ähm, wir hatten ja damals in der zweiten Runde auch ein Heimspiel gegen Bielefeld, da kam irgendwie nur 20.000 oder sowas, ich gehe schon fest davon aus, dass Union, wenn es nicht ausverkauft ist, zumindest sehr, sehr nah an Ausverkauf drangeht, so, ähm, weil das ist einfach ein anderer Club, so, das ist Union und kein zweitiges, der auch damals irgendwo schon Abschiedskampf war, auch abgestiegen ist mit Bielefeld am Ende des Tages, plus, das war bei uns auch in einer nicht wirklich harmonischen Phase, sag ich mal, ähm, hier gerade ist ja komplette Euphorie drin, ähm, plus auch da, ich meine, da müssten, ja, was heißt, ich meine, das sind Herbstferien in der Woche, nächster Pluspunkt, ähm, klar, der 31. ist kein Feiertag, also für Arbeitnehmer ein bisschen eklig, vielleicht die 18 Uhr am Pfiff, gerade natürlich auch für Union Berlin scheiße, für die Auswärtsfans, die da runterfahren, aber der 1. November müsste ja ein Feiertag sein, ist auch das nochmal nächstes positives Argument dafür, also ich glaube, da muss ich glaube keiner Gedanken machen, dass da irgendwie 25.000 drin sind, dass irgendwo, glaube ich, schon, ähm, wenn vielleicht nicht ausverkauft, wobei ich auch eigentlich davon ausgehe, aber wenn vielleicht nicht ausverkauft, auf jeden Fall fast ausverkauft sein, ähm, und dazu gehen wir jetzt rein in die Tickets, auch da, vielleicht für die, weiß nicht, kriegt ihr immer noch ein, zwei DMs, zum Thema, wann ist da Verkauf, wann ist hier Verkauf, der VfB hat das ganz easy bei sich online gelistet, so, einfach VfB-Webseite, VfB-Shop öffnen, dann hast du einmal Heimspiele und einmal Auswärtsspiele, und da jeweils draufklickst, steht immer dran, wann die Verkäufe sind, wann OFC-Verkauf, wann Mitgliederverkauf, wann gegebenenfalls freier Verkauf, ähm, und da war jetzt auch natürlich die Phase, war das auch wieder der nächste Pluspunkt für Dauerkarte, ähm, man konnte sich seinen Stammplatz erwerben, bis Sonntag, also von Donnerstag bis Sonntag konnte man seinen Stammplatz sich holen, also genau die Dauerkarte, die du auch hast in der Bundesliga, konntest du für den Pokal nochmal kaufen, weil die zählt nicht rein in den Pokal, also es hat eine Bundesliga-Dauerkarte, zählt nicht in den Pokal rein, ähm, Ausnahme war jetzt sowas wie Relegation, da hat sie nichts gekostet, aber war ja auch weiterhin Bundesliga, ich glaube, wenn du da Leuten erzählt, hier, wir machen die Ehrenrunde, wir spielen Relegation, bitte nochmal 30 Euro für deine Einzelkarte, wäre auch ein bisschen schwierig gewesen, das zu verkaufen, also das war kostenlos mit drin, die Relegation, aber Pokal ist es nicht, aber auch da war es, glaube ich, recht fair, ich habe es gerade schon erzählt, ähm, 20 Euro im Schnitt zahle ich für, für meine Dauerkarte, und gegen Union waren es jetzt 30, so, also billiger als Hoffenheim, das fand ich recht fair, den Preis, nochmal 30 Euro, und da konnte jeder seinen spezifischen Dauerkartenplatz, ähm, erwerben, bis Sonntag ist jetzt abgelaufen, die Frist, ähm, für die UFCs geht's morgen los, 17. Oktober 10 Uhr, äh, für die Mitglieder, ganz wild, lese ich gerade die Uhrzeit, weil sonst ist eigentlich immer Verkauf ab 10 Uhr, aber Mitglieder ab Dienstag, 17. Oktober, ab 15 Uhr, ne, ab 15 Uhr kann Mitglieder an Karten gegen Union im Pokal ran, ähm, und da auch da interessant, weil sonst ist ja auch immer maximal zwei Tickets pro Mitglied, ähm, es gibt keine Ticketmengenbeschränkung, also der VfB wird auf jeden Fall, vielleicht haben sie daraus gelernt aus Bielefeld, wie auch immer, und haben auch vielleicht da ein bisschen, bisschen Angst wegen der Anschlusszeit, dies, das, ähm, das ist glaube ich auch schon ein Zeichen dafür, dass sie wollen, dass das Ding auch ausverkauft sein wird, ne, ich glaube, das ist auch ein ganz klares Zeichen dafür, wenn sie da keine, keine, äh, 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 beschränken, freier Verkauf ab Donnerstag, 19. Oktober, 10 Uhr, ähm, Dortmund ist schon ausverkauft, ganz klar, das war glaube ich nach vier Stunden ausverkauft oder so, im Mitgliederverkauf, so grob, ähm, ging brutal schnell, ähm, gegen Bremen, äh, wird es ab Mittwoch OFC-Verkauf geben, 10 Uhr, ab Donnerstag, ähm, Mitgliederverkauf, 10 Uhr, auch da natürlich wieder wie normal maximal zwei Tickets pro Mitglied und ein möglicher, muss man ja dazu sagen, mittlerweile ein möglicher freier Verkauf ab Mittwoch, 25. Oktober um 10 Uhr, ähm, weil, so wie es gerade läuft, Hoffenheim ist in keinem Mitgliederverkauf, äh, in keinem freien Verkauf, weil die Mitglieder das schon ausverkauft haben, Dortmund, gut, da ist sowas zu erwarten, auch bei Bayern und sowas, mal gucken, wie es bei Bremen ist, aber Samstagabend, 18.30 Spiel, die, die Euphorie gerade, also, mich würde es nicht wundern, wenn auch Bremen alleine durch den Mitgliederverkauf ausverkauft sein würden, auch das nicht in den freien Verkauf geht, aber da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen erstmal abwarten, ähm, und auswärts, der Vollständigkeit halber, Union logischerweise ausverkauft, ist ja schon bald dann auch, ähm, für Heidenheim, wobei, ich weiß nicht, also, ob man den Verkauf überhaupt groß ankündigen muss, für Heidenheim, so, ich sag mal, spaßeshalber, weil ab Freitag, 20. Oktober, also diese Woche Freitag, um 10 Uhr, gibt es wieder maximal zwei Tickets pro Mitglied zu erwerben, für den Auswärtsblock, beim Auswärtsspiel in Heidenheim, aber ich sage das deswegen, weil Heidenheim hat ein kleines Stadion, kleiner Auswärtsblock, also, um da wirklich an Tickets zu kommen, weil Heidenheim ist ja auch so dermaßen nah an Stuttgart, müsste jetzt auch, weil eigentlich da, die, die, die kürzeste Auswärtsreise sein, da werden sich wieder sehr, sehr viele in den Verkauf einloggen, ich werde es auch versuchen gegen Heidenheim, ähm, aber da will ich mir nicht viele Chancen ausrechnen, da muss es wirklich gefühlt ein halbes Weltwunder geben, weil da, keine Ahnung, ne, die Ultras haben ihre Karten bekommen, hier die organisierten Busfahrten, wie VfB Away und sowas, haben ihre Karten bekommen, ihr Kartenkontingent, weiß ich, wie viele da in den Verkauf gehen, lass es vielleicht tausend Karten sein, wenn es hochkommt, die da in den Verkauf gehen, für das Spiel in Heidenheim, also das ist schon sehr, sehr schwierig, da in Karten zu kommen, glaube ich, am Freitag, aber versuchen wird man es, und das Letzte, was noch angekündigt ist, schon mal, ist Frankfurt, da werde ich es versuchen, weil Frankfurt immer geil, müsste nach Augsburg mit München, glaube ich, der zweite Ort sein, wo ich am meisten war, auswärts bisher Frankfurt, glaube viermal oder so, fünfmal, ähm, und da natürlich auch geile Ansätze, Samstagabend, 18.30, Topspiel der Woche in Frankfurt, boah, das schiebt schon sehr, sehr giftig an, ähm, und da ist ab Dienstag, 24. Oktober, 10 Uhr ist Verkauf für Frankfurt, auswärts, auch da wieder maximal zwei Tickets pro Mitglied, und auch da wieder, er steht zwar dran, der freie Verkauf, bei Heidelheim steht schon gar keiner dran, ne, und dann mal ein Zeichen, dass das Kontingent gefühlt nicht da ist, oder gefühlt keins gibt, ähm, freier Verkauf ab Donnerstag, 26. Oktober, 10 Uhr, aber auch da wieder, ich gehe nicht davon aus, dass Frankfurt in einen freien Verkauf geht, ähm, also ich bin jetzt auch kein, überhaupt kein Offizieller vom VfB oder sowas, aber ich sage mal, Appell an die VfB-Fans, ich glaube, wenn man gerade, vor allem auch an beliebte Spiele, sei es heim, wie auswärts, an Karten kommen will, sollte man schon Mitglied sein, das ist glaube ich so ein bisschen die Quintessenz auch aus dem hier. Führig-Nationalmannschaft, da haben wir schon manche drauf gewartet, aber natürlich kommt das noch, er wurde nominiert für die deutsche Nationalmannschaft, ähm, und da muss man auch mal ganz kurz sagen, ähm, da hast du mir echt das Bild, was Nagelsmann abgibt beim DFB bisher, natürlich eine sehr, sehr kurze Zeit bisher, um das zu bewerten, ähm, auch nur das eine Testspiel jetzt, was ich auch nicht groß gesehen habe, ne, und mir ist halt drei Einzige gegen den USA auch grundsätzlich egal, zumindest mal schön, dass wir da auch gewonnen haben, so Standardsiege einfahren, ne, äh, haben wir auch letzten Male nicht getan, das ist das nächste komische Spiel, da irgendwann Mittwochnacht um zwei, oder halt von Dienstag auf Mittwochnacht um zwei, ist auch da ganz vogelwild, wie generell die USA-Rase vogelwild ist, aber, ähm, ich hatte so ein bisschen, oder habe immer noch vielleicht ein bisschen Bedenken, ob das klappt, weil ich irgendwie den eher so als Entwickler und so Vereinstrainer sehe, aber wie er rüberkommt, auch da vorhin angesprochen, sowas ist mir zumindest wichtig, ähm, vorhin bei Hoeneß auch angesprochen, wie er rüberkommt, wie er spricht, seine Aura, sag ich mal, ist echt besser als erwartet, so, wahrscheinlich hing auch bei mir mit Nagelsmann einfach ein bisschen was an den Klubs, so Hoffenheim, ne, Bayern, Leipzig, boah, so, da kannst du als Trainer auch nicht wirklich irgendwie sympathisch rüberkommen, wenn du bei den Klubs bisher warst in deiner Vita, aber da kommt er mir echt sehr, sehr gut rüber und das sage ich deswegen, weil er eben, hier das erste, was ich mir hier aufgemacht habe, der erste Tab, ähm, ist die kurze Erklärung von ihm, kurz und knackig eine Minute, äh, zu Führig, zu Behrens, ähm, und zu Andrich war es glaube ich genau, ähm, wo er kurz erklärt hat, äh, kurz und knackig, warum er die berufen hat, was sie auszeichnet, wirklich einfach kurz, ich will gerade zum zwölften Mal, ist aber egal, weil die Worte stimmen halt weiterhin, einfach kurz, knackig, erzählt, warum Führig dabei ist, also sich freut und sowas, neues Gesicht, da wirklich ein sehr, sehr schöner Auftritt von Nagelsmann, gerne mehr davon, ähm, Führig ist nun, ähm, Nummer 46, der deutschen Nationalspieler beim VfB Stuttgart, in seiner Historie, Nummer 45 war dann, ähm, Joscha Wagnoman, natürlich auch eine ewig lange Liste hat der VfB alle aufgelistet, hier hast du Hildebrandt, natürlich Kakao hast du am Start, Karl Allgöver, ein bisschen länger her noch so Geschichten, Philipp Lahm, ähm, ne, Mario Gomez ist dabei, so Geschichten, ne, und da reiht sich jetzt dann auch, äh, Chris Führig ein, und er reiht sich damit jetzt auch, ich sag mal, offiziell ein, weil ist ja klar, dass er nominiert wurde, aber ich finde, um sich auch in die Nationalspieler nennen zu können, dann braucht er auch einen Einsatz, hat er bekommen, paar Minütchen, äh, bekommen gegen die USA, war wohl auch ganz ordentlich, wie gesagt, ich hab's nicht groß gesehen, dieses Spiel, ich glaub irgendwie 10 Minuten hat er, glaub ich, bekommen, so grob, war wohl auch, äh, ja, ansprechend, sag ich mal, der Auftritt von Führig, und auch schön zu sehen, ähm, dass hier, nicht nur Thomas Müller, aber vor allem der auch immer wieder, weil er auch gefragt wurde, oder oft auch vor Mikrofon, äh, ähm, der war sehr überzeugt von, von, von Führig hier, ich war überrascht, dass einer wie Chris Führig nicht schnell den Sprung ins Rampenlicht geschafft hat, da muss ich ihn fragen, wie seine Karriere verlaufen ist, denn ich wundere mich darüber, dass ein Spieler mit so viel Spielwitz und Beweglichkeit erst Mitte 20 in Stuttgart so richtig aufblüht, ähm, das ist auch sehr, sehr schönes Lob von einem, der ja auch absolute Legende ist, so müssen wir nicht drüber reden, absolute Legende ist, Nationalmannschaftslegende ist mit Thomas Müller, also noch spielende Legende, sag ich mal, ähm, deswegen einfach rund um auch ein sehr schönes Ding, Trainer, äh, schöne Worte zu ihm, Müller, schöne Worte zu ihm, ordentlicher Auftritt, äh, Nummer 1 schon mal gegen die USA, vielleicht bekommen wir sogar ein paar mehr Minütchen noch dann, äh, gegen, äh, Mexiko, und sehe ich auch gerade erst, äh, so richtig hier in dem Tweet, ähm, auch witzig irgendwie passend dazu, ähm, kam Führig mit Müller auf den Platz, Doppelwechsel, und beide kamen gleichzeitig rein, passt irgendwie auch zu den, zu den Geschichten da, ähm, und auch das zum Abschluss noch zur Nationalmannschaft, das Urbach und Weiler IDB-Banner hat es auch in die USA geschafft, so jeder VfB-Fan kennt das, legendäres Banner, und das hat es auch selbst mit in die USA geschafft, es ist unglaublich, wirklich legendär, und da ist schön der Klassiker eingetreten, da so eine News reinkam, als ich quasi gefühlt schon kurz am Exportieren war, aber ist egal, Chris Führig, laut Sky, ähm, gab es wohl im Sommer sogar für ihn schon ein Angebot aus der Premier League, Klub wurde hier wohl nicht genannt, ähm, 15 Millionen Euro Ablöse, soll der Klub aus England geboten haben, das ist schon echt, echt ordentlich, also für den im Sommer, dass er jemand schon aus der Premier League 15 Millionen legt, ist schon krass, weil es so richtig, richtig Durchbruch ist ja diese Saison gewesen eigentlich, ähm, zeigt er vielleicht auch, ne, in welcher Form dann, jetzt, weil Angebote reinkommen würden, für einen Chris Führig, noch bis 2025, äh, an uns gebunden, und, mit seltenem Atemzug kommt auch, äh, dass jetzt bald ja auch neue Marktwerte rauskommen, das wird auch interessant, äh, inwieweit da die VfB-Spieler, ich meine, in den meisten Fällen hoffentlich mal, auch wieder ordentlich Upgrades bekommen haben, und zum Schluss wirklich auch, das passt hier als Überschrift, ein bisschen Mischmasch, irgendwie aus allem noch so ein bisschen, ähm, Nummer 1, äh, wurde berichtet, dass wohl auch wir, ähm, ja, mit, mit Keita so ein bisschen im Gespräch waren, vor der Saison, aber man habe da, ähm, oder quasi irgendwie angeboten wurde, ne, wie immer das da läuft in dem Business, ähm, aber wir haben wohl recht schnell, eben mit Blick auf die lange Verletzten-Historie von Nabi Keita, der jetzt bei Bremen spielt, oder eben nicht wieder verletzt ist, oder auch lange verletzt war, ähm, haben wir recht schnell von dieser Verpflichtung, von dieser Idee, äh, Abstand genommen, muss man auch da sagen, Wohlgemut und so weiter, in der Hinsicht auch alles, ähm, richtig gemacht, ähm, und auch das ist nur ein ganz, ganz kleines Ding, deswegen auch ganz quick and dirty einfach, hier Leandro Barrero, ähm, bei Mainz, ähm, ist wohl Thema für Sommertransfer war es glaube ich, ich glaube nicht Wintertransfer, ähm, Sommer dann, ähm, da war Frankfurt, äh, mal gelistet in Gerüchten, und wohl auch wir, mal irgendwo auf Transfermarkt.de, Klassiker hier bei mir, ich möchte das mit drin haben, einfach damit ich, damit ich hier quasi alles auch mitgebracht habe, und dann wird man nicht irgendwie in fünf Wochen sagen, boah, haben wir ja gar nichts davon gewusst, sondern doch, es wurde schon mal irgendwo genannt, aber natürlich absolutes Mini, Mini, Mini Gerücht, und wahrscheinlich passiert am Ende des Tages auch überhaupt gar nichts, aber, ähm, das kam zumindest auch ganz, ganz kurz auf, äh, Leandro Barrero von Mainz wieder irgendwie halbwegs irgendwie mit dabei sind, aber wie gesagt, sehe ich nicht, und das ist auch ein Thema frühestens für nächsten Sommer, deswegen nur wirklich rein Vollständigkeits, äh, halber, sag ich mal, ähm, Benjamin Boakier, wenn man so ausspricht, ich denke mal schon, äh, verlängert, offensivspieler aus der U19, hat seinen Vertrag verlängert, und wird nun über die U21 an den Profifußball herangeführt, auch einer von unseren, äh, Talenten aus der Jugend, immer gutes Zeichen, dass der Kollege, äh, verlängert hat, dass solche Leute bleiben, oder zumindest fürs Erste bleiben, ne, ne, Verträge, wissen wir im Fußball, äh, ja, halten nicht unbedingt Wechsel auf, ist ja auch ganz klar, aber ein gutes Zeichen, wenn so Jungs, und ich bin auch da nicht tief drin, in Jugendmannschaften, in U21 und so, aber der ist selbst mir ein Name, deswegen gut, dass wir den, äh, den Kollegen, ähm, äh, jetzt erstmal langfristig, äh, gebunden haben, das Ding hier, ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch, weil ich glaube, dazu gibt es auch keine richtigen Berichte, zumindest habe ich dazu nichts gefunden, aber es ist kurz aufgekommen, ähm, dass, äh, wohl Ito irgendwie in der Lernstüppause, ja, irgendwie jetzt für Japan, nicht so ganz zum Einsatz kam, oder nicht zum Einsatz kommen wird, wegen, hier übersetzt, ähm, wegen schlechter körperlicher Verfassung, ich glaube, eine andere Übersetzung, ähm, ist hier, ist hier auch noch am Start, ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, hier auf meine Behandlung zu konzentrieren, hat Ito gesagt, ich habe, wie gesagt, dazu nichts gefunden, irgendwie groß online, vielleicht habt ihr da was gelesen, gerne in die Kommentare dazu, ähm, da hast du ein bisschen die Frage jetzt, was ist das so, ist da was dran, ist da nichts dran, ähm, weil jetzt, wenn jetzt ein Ito auf einmal verletzt wäre, wäre jetzt nicht so geil, man kriegt mal auf den ersten Blick vielleicht mal ersetzt in der Breite vom Kader, aber wäre schon schön, wenn Ito jetzt nicht hier irgendwie verletzt zurückkommt, äh, von der Lernstüppause, deswegen müssen wir wahrscheinlich da einfach mal abwarten, äh, Richtung Union, was da noch mehr berichtet wird zu ihm, natürlich auch, was wir auch noch hatten, brauchen wir auch nicht größer ansprechen, als es ist, Testspiel hatten wir, und haben gegen WN Wiesbaden, Zweitligisten, Aufsteiger in der 2. Liga, 5 zu 1 gewonnen, Doppelpack von Roberto Massimo, ähm, Dennis Unnav hat getroffen, Genki Haraguchi hat noch getroffen, und der Jugendspieler Luca Raimund noch, 5 zu 1 gewonnen, damit ist das Thema, ja, es hat ein Testspiel, deswegen ist es so schnell abgehakt, auf jeden Fall schön zu sehen, dass wir auch trotzdem weiterhin treffen, 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 auch wenn es in Anführungszeichen nur, äh, Testspiele sind, und, ähm, dazu auch, weil der sollte wohl, glaube ich, auch einen Einsatz bekommen, ein paar Minuten bekommen, es erstmal wieder im Testspiel gegen, Wiesbaden, was nicht geklappt hat, ist Joscha Wagnumann, ähm, gab es jetzt einen kleinen Rückfall, äh, wie berichtet wurde, er hat auf eine Belastung muskulär reagiert, ähm, und da, ja, kann man wohl, wie Hönis das auch sagt, ist ärgerlich, ähm, aber, ja, einfach ein bisschen, ein bisschen in Geduld üben, wir können nichts erzwingen, sagt Hönis auch da nochmal, äh, natürlich schade, ähm, aber aktuell muss man auch sagen, klar, es war jetzt gegen Wolfsburg vielleicht nicht, äh, ähm, sein, sein bestes Spiel so, ähm, aber, wir haben aktuell Kalle Stenzel hinten drin, ähm, deswegen kann man gerade auch noch ein bisschen auf, äh, Wagnumann warten, glaube ich, finde ich, ähm, und natürlich auch ganz wichtig, haben wir auch noch von heute, der VfB will drei Leistungsträger langfristig binden, ähm, weil natürlich nach der Saison, oder noch in dieser Saison, für nach der Saison, und auch perspektivisch auch auf Platz, äh, auf, auf 2,25 gesehen, und auch näher auf 2,24 gesehen, natürlich ein paar, äh, ja, äh, Vertragsgeschichten geklärt werden müssten, und da gibt es ein paar, ähm, Leistungsträger, die das betrifft, und wo der VfB rangehen wird wohl, logischerweise dann auch bei den drei, die jetzt hier genannt werden, nämlich Kapitän Waldemar Anton, neun Nationalspieler Chris Führig, und, äh, Enzo Mio, das ist ganz logisch, ich habe gerade bei den drei nicht auswendig im Kopf, wann die Verträge auslaufen, ähm, aber generell kannst du gerade eigentlich keinem Team nennen, wo du sagst, äh, äh, ja, den Vertrag können wir mal ganz entspannt rangehen, so, ähm, deswegen, lieber, lieber früher als später, auch bei Endos so ein bisschen gemerkt, ich meine, klar, wenn der Liverpool anklopft, ist nochmal ein anderes Thema, aber auch der Vertrag wäre auch zu 24 ausgelaufen, ähm, vielleicht hätte man da schon noch früher rangehen müssen, ne, wie auch immer, ähm, ähm, aber auf jeden Fall wichtig von solchen Leistungsträgern früh genug an die Verträge ranzugehen, und das soll dann wohl auch passieren, wie jetzt heute berichtet wurde, ähm, und habe ich auch schon mal angesprochen, ähm, Thomas Krücken, da ist schon klar, dass der zu ManCity geht, äh, aus Nachwuchsleistungszentrum zum nächsten Nachwuchsleistungszentrum, nur der Termin war nicht ganz klar, ähm, ähm, und jetzt soll es wohl bis Monatsende schon soweit sein, dass er dann zu City geht, ähm, ähm, und der VfB soll wohl auch schon ein paar Kandidaten haben, ähm, ja, das ist so der aktuelle Stand, die ihn natürlich ersetzen, ne, den NLZ-Chef, ähm, Thomas Krücken, also da auch ein bisschen Bewegung in die Personalie, und mal gucken, was da, auch da vielleicht euch zu denen allen nichts groß sagen können, weil also NLZ-Chefs, da wird es ja noch wilder so, da bin ich ja überhaupt nicht drin, da kann man auch wieder nur Vita lesen, und Karriereverlauf lesen, und sagen, ja, klingt das gut, oder klingt das schlecht, ähm, auf jeden Fall Krücken einer, der, glaube ich, ja, nicht so einfach wird zu ersetzen, aber ersetzt werden muss, ähm, da war glaube ich mal die Rede von, dann zum Jahreswechsel oder so, rund um den Dreh, jetzt geht es wohl schneller, wie berichtet wurde hier von, von STN, mein VfB, dies, das, ähm, das schon Monatsende, das der Fall sein könnte, sollte, und dann mal gucken, wie schnell der VfB dann auch Tacheles macht, mit einem neuen Chef, so, und dann sind wir durch, mit den VfB-News, mit Stand der Dinge nach Wolfsburg, wie auch immer, mit kleiner Ausnahme, von ein paar Geschichten zu Gerasi, die ich noch in extra Video verpacken werde, ähm, sonst natürlich wie immer, alle Links, alles, was ich hier so ein bisschen angesprochen habe, in den Sammlings in der Videobeschreibung drin, falls ihr vielleicht denkt, boah, der hat irgendwie einen Tweet angesprochen, äh, den würde ich auch gerne mal irgendwie sehen, da unten in der Videobeschreibung, einfach ein bisschen durchklicken, da findet ihr, oder werdet ihr hoffentlich fündig, da haben wir immer noch hier, bevor ich ins Outro gehe, auch der Klassiker geworden mittlerweile, in diesem VfB-News Podcast Format, Dingern, sag ich mal, natürlich der Hinweis auf Instagram, da natürlich wie immer, es ist viel schneller für mich, einfach kurz eine Instagram-Story reinzumachen, wenn was aktuell alles passiert, als das alles in Videos zu verpacken, deswegen gerne, wer noch schneller, noch aktueller, ähm, ja, bei den VfB-News und so weiter, am Start sein will, mir gerne auf Instagram folgen, so, haben wir das Ding durch, auch wieder sehr lang geworden, das Ding, obwohl ich eigentlich dachte, dass Themen gar nicht so lange zu besprechen sind, aber, so ist es halt, ähm, wie immer auch gerne alles, zu allem, was ich besprochen habe, zum VfB, alles in die Kommentare damit, gerne, wer es noch nicht getan hat, kostenlos ein Like und natürlich auch noch wichtiger, kostenlos ein Abo da lassen, ganz klare Geschichte, beim fürs Zuschauen, hier wie immer, auch mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.